ab hier drin ist er nicht, ne? ne warte, stopp, 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 noch ein Stück weg noch ein Stück zack warte, du siehst das jetzt auf der Karte markiert jo, ich flieg direkt zu dir nach der Heiz 109 Meter wird da muss hier irgendwo sein hier? nö, dinten sind die Bullen, wir brauchen jetzt unsere Stützung, ne? ja, ich hol Krümel ab und dann gehts los wollen wir uns hier drinnen ein paar Schranzen in so einem Ding? ja seht ihr den Hunter denn? nö aber da wo die standen steht der bestimmt oder irgendwo wo sei denn hier? markiert mal bitte genau auf der Karte wo der steht wir sind im polizeigebiet Gebäude in dem polizeigebiet mit den äh Hühlen mit den Dachkuppeln wisst ihr was ich mein? Hauptquartier ja wo ich gerade rüber fliege du siehst doch auch die Sechsecke oder? da flieg ich gerade rüber ja wir hören dich irgendwo in einer Halle ist im Hunter ich weiß nicht wo ich leg erstmal weitere Krümel ab oder? sonst ist das zu offensichtlich wenn wir jetzt hier runter gehen 162 Meter wenn du von der Hauptstraße reinkommst direkt gegenüber hab ich glaube ich hast gesehen hab ich aber nicht gesagt wir holen Krümel und sliegen uns ran vom Krankenhaus aus würde ich sagen hm ich hab die Scherz vorwachen habt ihr jetzt wieder alle Wangen ja nein ich nicht ich schmeiß mit Scheiße ich bin auch ein Afferkrümel jetzt leise bitte ernsthaft ich muss selber voll lochen aber ernsthaft wenn ich bettlege mit Worten um mich ich wäre cool wenn wir das zurückholen können also bitte leise ernsthaft weil ich bin nochmal raus Worte Worte sind stärker als nur oh nein das ist doch nicht dein Ernst oder? was sind das für Affen? wir abgeholt werden wir Affen keine Ahnung ey wo ist denn hier bitte die MP-Warnung rausgekommen? da ist nix wir haben nicht mehr was gesagt kommen wir näher oder ist es weiter weg? oder Krümel? wie lang wie lang wird hier kommen wir näher 1009 ist er hier nur noch wir wissen dass wir da sind ich mag jetzt nicht so niedrig fliegen also hier nicht so hoch so hoch meine ich sonst kannst du mir nach Steuer geben also ich weiss wie wir gut leben hier drin ist auch nicht? auch ohne Motor 99 Meter wie viel? 99 da gibt es richtig gute Tutorials im Einzelspieler wenn du hier landest wenn Heckrotor oder Hauptrotor aus sind ok in die Richtung hier 97 Meter hier irgendwo klar fuck wer das hat 90 Meter? gehen auf der Rückseite rein Leute ihr seid ihr seid vorne rein gegangen ne? wie weit von euch ist der weg? 900 Meter komm her hier oh nein da oben auf dem Dach ist einer was? der schießt sofort auf welchen Dach? oh fuck äh oben auf dem Hochhaus wir sind die noch vor dem Hochhaus ne? naja der schießt schon der schießt schon der schießt schon wir werden nicht beschossen oder? doch 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 irgendwann werde ich getroffen stimmt komm mit er steht immer noch oben auf dem Dach du hast den Handball gefunden bin ich noch mehr Tote riskieren ja ja der steht hier hinten der ist kaputt der ist oben bei der Luke wenn du hoch gehst ich weiß nicht wie die anfängt zu flüstern als könnte der nicht hören leise ich bin die doch noch ruhe jetzt bitte seid halt leise ich verstehe das nicht wir oft doch noch macht den Rost dazu raus ich will den hören der steht immer noch oben guck zu uns naja schön ablenken hm passt oben ja immer noch guck uns immer noch an sicher guck mal ein bisschen Abfahr wie du wieder ablenken kannst freil dich freil dich ja wech mal zu dem hin rein ja da ist er doch bist du auf dem Dach oben so sehr gut Leute los 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 soll ich am Heli sein? wir gehen von hinten rein so wir müssen genau beim Hunter landen wir müssen genau beim Hunter landen wir müssen genau beim Hunter landen der ist genau hinter dem Ding wir können Fahrzeug Fömmler hast du ne Waffe? nein wir werden dem Heli rein und wir fliegen startet genau startet den Motor ich soll den Start? einer von euch startet den Motor die da sonst einfach frei wir fliegen in die Base von der Reihe die sind unten gut dann lock ich sie hoch ist egal ob nicht ich sterbe oder so ich geh auf zur Seite geh außen hin soll ich noch wechseln? kannst du noch ja hä? hä? na jetzt muss ich hin machen hast du Platz gewechselt wie mir eben gerade repariert ihr seid doch eigentlich schon oder ne? die müssten ja bloß nur jetzt äh wir haben alle kein Repair Kit ich bin der einzige doch doch ich hab dabei ich hab auch dabei ich hab auch was dabei ich bin auch der einzige mit Benzinkanistern ok der Bulle der steht bei meiner Leiche hier die stehen noch am Eingang lass uns hier hinten rein lass uns hier hinten rein laufen das ist zu unsicher rein zu werden einer läuft rein beide laufen rein kommen zwei rein was? achso das war das Salz boah boah und Ena halb schleicht noch ums Haus so ja was denn denn das ist ja verstanden wie denn? aaaaah jetzt hat's scheiße ich hätt ich hätt schon eh erschießen können hm jetzt hat's noch ein bisschen die 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 Vielen Dank.